Die Go Battle Night war sternenstaubmäßig ein voller Erfolg, mehr als eine halbe Million bei den 75 Kämpfen gemacht, die ich dann noch hatte, ab 18 Uhr. Ich habe jedes Mal einen Premium-Kampfpass hineingesteckt. Genau, außerdem, heute um 22 Uhr startet die Superliga mit dem Superliga-Remix-Cup. Und es gab wohl ein krasses PvP-Update. Hier kurz die Pokémon, die verboten sind im Remix-Cup, man kann aber parallel dazu die normale Superliga auch spielen. Also von daher, naja, warum nicht? Ja, egal. Es hat Vor- und Nachteile, aber ich fände es auch ganz nett, wenn man sich mal auf eine Liga immer fokussieren würde. Das waren die guten alten Zeiten, wo es nur eine Auswahlmöglichkeit immer gab. Na gut, und vor allem bei der Superliga, die ist ja mit 1500 wirklich nicht so schwer, dass man sich da Pokémon holen kann. Aber auf jeden Fall, da habe ich die Kampfliga gespielt und nach Monaten gebe ich meinen ersten Premium-Kampfpass aus. Und dann habe ich nicht mitbekommen, dass ich ein Update verpasst habe. Charm ist ein Vierer-Move anstelle von drei Turns. Dann Feuer-Odem, ein Zweier-Move, also dauert eine Sekunde anstelle von einer halben. Und mein Giratina einfach mal drei Turns für die Dunkelklauen. Da dachte ich mir, okay, ich spiele dieses Toggekiss-Team, weil man damit echt schnell verliert oder gewinnt. Was für die Go-Battle-Night gut ist. Und dann bemerke ich einfach nicht, dass die Moves geändert wurden. Also nehmt euch in Achtung ein ganz wild. Und ich habe dann leider erst zu spät bemerkt, dass ich die App schließen muss. Und das kam dann immer wieder. Also wirklich sehr genial. Ich kann voll und ganz verstehen, wenn jemand sagt, Schilling sei nicht immer so salzig. Also ich kann es verstehen. Und ich hätte gestern eigentlich auch aufgehört, wenn es nicht so viel Sternenstaub gegeben hätte. Der war wirklich nett. Heute kopiere ich ein Team von Toshi. Das wird zwar bei 2500 vermutlich nicht so gut funktionieren. Denn immer bei 27 hat dann plötzlich mein altes Team nicht funktioniert. Und ich habe mir was anderes überlegt. Und dann ging es wieder runter. Weil, ja, es gibt echt so Punkte-Meter-Bereiche. Und für die nächste Rotation vielleicht schaffe ich es, Graudon, Lugia, Stalubor mir nochmal hochzuziehen. Weil das habe ich auch. Okay. Lugia ist wirklich hammermäßig aktuell. Und genau. Da kommt dann auch schon ein Dialga ohne bester Kumpelpunkt. Und auch sehr fein. Kommt das Ding hier hinein. Und schauen wir mal, wie wir das so machen. Also, Sternenstaub war wirklich krass. Da kann man sich echt nicht beschweren. Und so schnell und so viel Sternenstaub gab es, glaube ich, schon länger nicht mehr. Das schilden wir nicht. Wenn du willst, holst du dir die Führung zurück. Dann habe ich noch Evil-Tal für Giratiner. Ich brauche die in Wahrheit nicht. Okay, das war nur der Eisenschädel. Obwohl die Energie für Donner und sogar Draco Meteor, glaube ich, hätte auch schon am Start sein müssen. Denn ich habe zehnmal eingesetzt. Und bei Dingenskirchen drüben war ich auch ein bisschen länger drin. Ne, genau. Aber diese Giratiner-Teams. Wenn die Zeit um ist übrigens, werde ich dann rauswechseln. Und ich überlege aber in was von beiden. Ah, obwohl ich muss sagen, wenn dein letztes Pokémon Togekiss ist. Ah, wie mache ich das? Okay, Moment. Ich muss dich irgendwie tricken, dass du dann wechselst. Letztes Pokémon vermutlich Togekiss, genau die Teams. Das Meta hat sich, wie schon gesagt, komplett verändert. Und ich blicke nicht mehr so durch. Es gibt bestimmt populäre Teams so, wo ich dann das letzte Pokémon schon wissen müsste. Aber ich weiß es einfach nicht. Von daher schauen wir mal. Wenn es Togekiss ist, muss ich dringend drin bleiben. Oh, hast du Drachenpuls? Hast du Drachenpuls? Oder hast du Drachenpuls? Sag nicht, das ist deine Antwort gegen Relaxo. Ah, okay. Dann passt mir das sowieso. Genau, das Ding ist auch ultrahäufig. Und da kommt man mit Evil Tal auch nicht so gut an. Aber ich meine, ich kann es verstehen. Stalubor an jeder Ecke und Graudon an jeder Ecke. Aber Giratina steigt dadurch eben wieder extrem im Kurs. Und ich meine wirklich extrem. Von daher schauen wir mal. Beziehungsweise vielleicht auch. Ja, Lugia hält auch so viel aus. Kommt dagegen auch relativ fein an, würde ich mal behaupten. Ja, das ist jetzt echt tricky, muss ich zugeben. Denn das Ding frisst einen Bodyslam nach dem anderen. Denn ich möchte einfach nicht kaputt gehen. So, ich werde sofort drücken. Und da kommt die Kaskade reingeflattert. Ja, also wirklich, das war schon wild. Ich dachte, das ist ein Android-Fehler. Und ich dachte eigentlich, Nianticat vor Wochen, gesagt, dass sie bald eine Lösung haben. Gegen das Sofortattackenproblem. Ich weiß nicht, ob die Lösung ist, dass man einfach Feuer oder auf eine Sekunde macht. Weiß nicht, ob das die Lösung ist. Eventuell aber. Die Animation von Dialga, die sieht so krass aus. So, wenn man das wirklich mit einem Zweier-Move verwendet. Immer wieder das Dialga nach oben geht. Nach oben geht. Und nach oben geht. Anstelle von. Aber das macht ja kaum einen Unterschied. Was macht das schon? Wirklich. Was macht das mittlerweile schon? Genau. Eine Person habe ich erlebt. Die hat komplett mit den Schillernden geflext. Riolu. Shiny Riolu war vorne. Und dann, keine Ahnung, noch ein paar andere schillernde Pokémon. Aber da hat man schon gemerkt, ja, die Leute melken einfach nur den Sternenstaub da raus. Weil das Kämpfen ist eben das Kämpfen. Auf jeden Fall. Na gut, aber ich muss echt sagen, relaxo. Schauen wir mal. Gut, Dialga. Hatten wir das nicht vorhin gerade? Oder war das... Nein, jetzt war gerade Giratina vorne. Und Dialga hinten. Wir machen, glaube ich, folgendes. So, das müssten jetzt in etwa 14 sein oder vielleicht 15. Und dann wirst du jetzt schon bei 17 einsetzen. Also mache ich noch 1, 2, 3. Und der Eisenschädel kommt herbei. Boah, so viel macht ein Kraftkoloss von Relaxo gegen Dialga, muss ich sagen. Nicht verkehrt. Das ist nicht verkehrt. Jetzt kommt eine Antwort gegen... Ja. Also habe ich schon gesagt, dass das Ding häufig ist? Oder habe ich es nicht gesagt? Ich glaube schon. Ich glaube, ich habe es gesagt. Aber in einer Welt, wo weder Raikou... 1, 2, 3... Okay. In einer Welt, wo weder Raikou noch... Voltolos oder was auch... Ah, okay. Das ist jetzt sehr ärgerlich. Oh, was? Hä, ich dachte da... Was? Nein. Ich dachte, da geht noch. Da überlebe ich noch eine Kaskade. Was ist denn da los? Das war jetzt nicht so geplant, muss ich zugeben. Aber da kann man nichts machen. Genau. Ich habe nämlich überlegt, in einer Welt, wo kein einziges Elektro-Pokémon irgendwie stark ist, das höchste der Gefühle bezüglich Elektro ist nämlich... Die Sofortattacke von Mailmetall. Und die macht gefühlt immer einen Millimeter. Da muss man mit dem Pixel schon ganz nah heranzoomen, dass man diesen Schaden da findet. Oh, dieser Kraftkoloss, der wäre so wichtig gewesen. Der wäre echt noch ganz wichtig gewesen. Na gut. Dann schauen wir mal, wie das noch so wird. Wir können ja hoffen, dass Giratina dein letztes Pokémon ist. So? Na, eventuell. Oh, und eins habe ich erlebt. Das war ganz wild. Ich meine, ich will nicht drauf rumreiten, aber wirklich. Wo alle drei Pokémon einfach instant gegen Torgekiss verlieren. Wirklich instant. So Irrital vorne, Giratina hinten. Und dann noch ein Pokémon, ein Drachenfeuer oder ein Pokémon, ich weiß nicht was. Palkia oder Regiram oder irgendwie sowas. Ganz wild. Ganz wild einfach nur. Ja, Torgekiss existiert nicht. Also ich finde Torgekiss nach wie vor sehr stark, muss ich sagen. Okay. Du bist dieses Kraudon. Ich weiß gar nicht, ob das unbedingt besser wäre. Leider habe ich Kraftkoloss drüben eingesetzt. Also ich glaube nicht, dass ich zur... Obwohl? Doch, Moment mal. Hm, wie mache ich das jetzt noch? Das ist auf jeden Fall so viel Energie für zwei Feuerschläge bereit. Und so weiter und so fort. Ich bräuchte... Okay. Ich glaube, ich bleibe da drin. Auf die Gefahr hinaus, dass du jetzt direkt noch einen Feuerschlag schaffst. Oh nö. Oh nö. Okay. Das war knapp. Hey, mal wieder ein Kraudon mit Lemschuss. Sieht man nicht mehr alle Tage. Ich kenne die Sicht von Kraudon nicht, aber offenbar... Muss man gegen Kaioga dann eventuell viel besser ankommen. Also viel besser. Gegen das Ding kommt man nicht an. Da macht eine Kaskade so ultra viel. Aber immerhin hat man dann ein bisschen Schaden auch noch. Und vielleicht reichen die Drachenruten plus einmal Erdbeben. Sodass man Druck auch mit Schilden aufbauen könnte. Ne, keine Ahnung. Aber wirklich spannend. Auf jeden Fall Lugia. Ich muss mein Lugia holen. Das ist ultra stark. Kann nicht mal wirklich von dem Dialga bestraft werden. Und dann bekommst du noch den Boost. Genau das war auch... Sehe ich den Boost, klicke ich links oben. 75 Kämpfe, das dauert schon lange. Und da seht euch das an. Also seht euch das an. 2.500. Ich kann es verstehen, wenn ich bei 3.500 wäre. Okay, so hoch sind wir hier noch nicht. Aber da bin ich auch schon gespannt. Superliga und Superliga Remix. Warum nicht einfach mal eines so behalten? Ja, natürlich. Oh, dann kann aber ich nicht mitspielen. Weil ich habe jetzt nur diese 3 Superliga Pokémon. Und die sind im Remix Cup verboten. Okay. Dann tut es mir leid. So. Ja. Okay. Kann man nichts machen. Nicht böse gemeint. So. Aber genau über dieses Outfit. Das werde ich im Spieletrend-Video vermutlich noch erwähnen. Da gibt es aktuell einen Code. Und ich weiß ehrlich gesagt, warum ich ihn noch nicht eingesetzt habe. Aber schau dir mal, was du mir reindrückst. Ein Sandgrab. Ja. So, also das mit den ganzen Ligen aufteilen. Und hier Classic. Und dann XL. Und dann Element Cup ist ja schön und gut. Ist nett. Wirklich. Bei der Meisterliga kann ich es verstehen. Aber die Superliga so aufzuspalten. Dann auch. Ich fände es wirklich nett, dass man dann die Woche nur das hat. Beispielsweise. Oder aber auch diese ganzen Halloween Cups. Flug Cup. Dies, das. Machen auch keinen Sinn. Wenn man alles andere alternativ dazu anbietet. Muss ich ehrlich zugeben. Und von daher. Ja. Ich bin kein Freund davon, wenn man 17 verschiedene Ligen parallel anbietet. Kann aber natürlich auch. Und das muss ich sagen. Boah, da drücken die Feuerhudem ja richtig rein. Schaube ich den Fokusstoß noch? Okay. Zwei Finstern-Auren hätte ich, glaube ich, sowieso nicht erreicht. Ein Sandgrab und da drücken die ja richtig rein. Nicht schlecht. Und das muss ich auch zugeben. Ich meine, es gibt wirklich Köder, die finde ich lächerlich. Anfallen gegen Fiaro. So, wo das eine effektiv und das andere einfach gar nichts ist. Aber hier habe ich wirklich festgestellt, bei Evil Tal so in etwa 90 Prozent. Also, ich würde wirklich sagen, 90 Prozent aller Attacken, die ich auf Fokusstoß aufbaue, werden geschildert. Entweder von einem Dialga oder von einem was auch immer. Und natürlich ist es nett. So, wenn dieser Ziel, das ist wirklich befriedigend, wenn der Fokusstoß einfach durchgeht, aber auch Mehlmetall. Die schilden es alle. Weil der Unterschied nicht so, nicht so gewaltig ist. Okay, das war ein bisschen ärgerlich. Mal schauen, ob es der Donner ist. Aber von der Energie her, glaube ich, wäre das eng. So, das ist der Eisenschädel. Und nicht, dass ich mit dieser Bonusenergie noch irgendwas anfangen könnte. Also, da muss ich wirklich sagen, lohnt es sich auch häufiger mal auf die Finsteraura zu gehen. Wirklich. Ja, das Problem ist jetzt hier, dass ich mir die zwei Schilde mitnehmen kann. Und genau, was hätte ich schilden sollen? Sandgrab bei Evil Tal zum Beispiel hätte man schilden können. Das wäre relativ wichtig gewesen. Und genau, aber diese Person macht nie die echten Gleichstände und drückt dann aber auch nicht auf die Sofortattacke. Dann schenkt er es halt ein bisschen was her. Und dieses Ding. Gut. Hat mir schon einen Kampf ohne. Ich glaube nicht. Ich glaube wirklich nicht. Also, fein. Fein, 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 fein. Da muss auf jeden Fall ein Giratina rein. Oder auch zum Beispiel Togekiss, Dialga Giratina. Easy win. Also, wenn da nicht Feuerodem ein Zweiermove ist, dann hat man das eigentlich direkt in der Tasche. Also, wir brauchen jetzt noch ein paar Giratina vorne. Toshi hat mir echt viele versprochen. Nein, nicht diese Togekiss. Da hätte ich gern wieder meinen Mewtwo vorne. Welches dann den Gleichstand gegen Melmetal verliert. Kein Joke. Kein Joke. Aber konzentrieren wir uns nicht auf die negativen Dinge. Sondern auf nichts. Weil es gibt ansonsten nichts. Aber konzentrieren wir uns einfach nicht auf die negativen Dinge. Das wäre eventuell von Vorteil. Okay. Okay. Hoffen wir, dass das kein Gleichstand war. Weil wenn, würde ich ihn ja sowieso verlieren. Also kann das keiner sein. Machen wir das noch. Dass dann eine Finsteraura reicht. Und ein Zoom-Pax einfach mal. Das nenne ich auch Spicy. Ich hoffe, zwei Aqua-Hubitzen reichen nicht. Würde ich aber ziemlich sicher sagen, dass sie nicht reichen. So, genau. Okay. Ich brauche hier im Grunde überhaupt keine Bonus-Energie. Denn das Togekiss kommt danach rein und farmt mich runter. Aber danach komme ich mit Melmetal rein. So, eine Aqua-Hubitze überlebe ich nicht mehr. Und runterfarmeln lassen kann ich mich nicht von Lehm schüssen. Von einem Flug-Pokémon. Also mit einem Flug-Pokémon. So, jetzt holt sich das Togekiss hier ein bisschen was. Das geht in Ordnung. Du bist sowieso schon in einer Steinhagel-Reichweite. Ich habe hier gerade überlegt, warte ich oder gehe ich sofort hinein? Ich habe leider nicht mitgezählt. Eins, zwei. Aber zehn waren das gefühlt noch nicht. Das mache ich nach Gefühl. Wenn nicht, oh, okay. Mein Gefühl ist immer richtig. Mein Gefühl liegt immer richtig. Bist du so lange in Relaxo drin geblieben? Weil das sind ja zwei dann gegen Evil-Tal gemacht oder so. Oder drei. Gut. Hm. Und all die Knackrack. Wie wird man denn die los? Wie wird man denn die Knackrack los? Ich habe dann immer zwei Schilde. Okay, in diesem Fall muss ich ehrlich sagen, da hätte ich ja natürlich Flammenwurf schilden können. Aber so einen großen Unterschied hätte er das dann auch nicht gemacht, wenn die ganzen Sandgraber reingetrudelt kommen. Na gut. Gut. Dann schauen wir mal. Das ist leider vorbei. Hei, hei, hei. Melmetal gegen Dialga vielleicht austauschen. Würde sich irgendwie gerade etwas besser anfühlen. Ach, du farmst einfach runter. Okay, das ist natürlich auch schlau. Das ist natürlich auch schlau. No, aber wir sind ja gerade nicht in der Go-Battle-Night. Aber wir klicken trotzdem direkt links oben. Denn zweimal Sandgrabsschilden, dann komplett unnötig sein. Und dann haben wir noch das Torgekiss hinten. Das ist natürlich nicht gut. Ich wurde von dem Zumbax einfach besiegt. Ich wurde einfach von dem Zumbax vernichtet. So kann man das mal machen. Huch. Huch. Dacht mir schon. Das war vorher ein Kampf ohne diesen Ding. Dacht mir schon. Was ist denn da los? Ja, Giratina. Giratina kann ich verstehen. Giratina kann man definitiv verstehen. Ich hätte wirklich gedacht, die Evil-Tal werden sie vertreiben. Ich hätte gedacht, die Evil-Tal werden sie vertreiben. Aber Torgekiss wird weniger. Evil-Tal war nur der Hype am Anfang. Und... Genau. Deshalb können die Giratina wieder fleißig rumlaufen. Will ich auch einen Kraftkoloss, weil zwei schaffe ich, glaube ich, sowieso nicht mehr. Ich glaube, ich werde versuchen, mir das zu holen. Mit einem Schild. Denn da hinten warten noch... Noch... Zwei Pokémon, die nervig sind. Und jetzt muss ich in zwei Schleckern Bodyslam haben. Ansonsten... Nein, in einem Schlecker. In einem... Ah, okay. Du hast geschildert. Nein. Ärgerlich. Okay. Okay, okay. Das ist... Das ist krass. Natürlich. 3200 WP gegen 4150 WP. Da kann man nicht allzu viel anstellen. Aber ich glaube, dieses Team ist die Alga Torgekiss hinten. Das heißt, du wirst da mit die Alga reinkommen und Evil-Tal ist unnötig in dem Kampf. Schauen wir mal. Boah. Irgendwie... Das Team... Das ist kein Team für mich. Muss ich ehrlich sagen. Toshi, Glückwunsch zu Legende mit dem Team. Wenn... Was hat er... Was? Wenn siebenmal in Folge, glaube ich, Giratina vorne sind, dann ist das bestimmt fein. Und das hat er gesagt. Hat er erlebt auf seinem letzten Push irgendwie so... Keine Ahnung. 7, 8 oder was auch immer. Und... Okay. Dann machen wir das mal. Also wenn so viele Giratina dann vorne sind, kann das bestimmt fein sein. Aber ansonsten... Schauen wir mal. Alles klar. Also ihr seht wirklich Evil-Tal hinten drin. Ist top. Das ist wirklich top. Und so ist es fein. So ist die Meisterliga wirklich fein. Also das Meta habe ich gerade von oben bis unten durchschaut. Nö, Lugia, Lugia. Man braucht Pokémon, die man nicht hart bestrafen kann aktuell. Na und... Das werde ich mal versuchen. Dass ich mir da für die nächste Rotation dann ein bisschen was hole. Aber es gibt so ein paar. Die man nicht unbedingt allzu hart bestrafen kann momentan. Yo. Ansonsten... Meisterliga macht Spaß vor allem jetzt mit mehr Pokémon, die man so sieht und so weiter. Hat sich auf jeden Fall in dieser Season glaube ich das meiste getan, was sich je getan hat. Mit Ausnahme von... Also unabhängig davon, dass die Sofortattacken inmitten der Season plötzlich eine andere Länge haben. Aber so habe ich schon das Gefühl, dass sich da so einiges tut. Definitiv. Ein Regi-Rambe auch mal einen Versuch wert. Palke habe ich leider nicht so wirklich ein Team gefunden, aber könnte man auch mal machen. Genau. Und Torgekis vorne. Sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön ist das auf jeden Fall. Na und... Das ist doch auch mit bester Kumpel. Oder? Na also... Ist da kein Dialga hinten? Oder ist es wieder dieser 500 IQ-Move? Beziehungsweise hast du noch keinen besten Kumpel bei Dialga? Na, schauen wir mal. Aber ich glaube, wenn ich es diesmal nicht versemmle, könnte ich zumindest ein Schild bekommen. Je nachdem, ob du Antikkraft hast, ob du Flammenwurf einsetzt oder was auch immer, ob du den Boost bekommst. Okay, ich bekomme jetzt schon ein Schild. Und dann muss ich sagen, hoffe ich, dass du mich vernichtest und nicht runterfarmst. Und ich würde dann einfach Bodyslam nicht... Oh, sehr schön. Sehr schön. Ich glaube, ich setze jetzt Bodyslam nicht mehr ein, auch wenn ich es erreichen würde. Obwohl runterfarmmäßig ist das schon hart. Äh, ja. Und ich kann dich nicht bestrafen. Es ist Leben. Jetzt bräuchte man den großen Blauen. Und dann... Ja, so ein Wechsel ist zwar nett, kann schon nett sein, aber wenn ich jetzt Kaiogra reingeholt hätte, wäre es einfach direkt da oben. Also man braucht so ein paar andere Pokémon. Definitiv. Die wären schon ganz nett. So, du baust auf Feuersturm eventuell auf. Jetzt bin ich mal gespannt, was da kommt. Und danach muss Melmetal aber komplett aufräumen. gegen das restliche Team. Das Toggekiss haben wir auch noch am Start. So, das plus runterfarmen jetzt. Denn dann bekommt Toggekiss noch weniger Farm. Und das geht in Ordnung. Bitte setz so viele Feuerschläge ein wie möglich. Besiegen wirst du mich nicht können. Aber dann bekommt Toggekiss immerhin weniger Energie. Und das ist gut. So. Einen überlebe ich noch mindestens. Zwei glaube ich vermutlich nicht. Wenn ich jetzt im Roten bin, dann nicht. Und ich glaube, ich bin jetzt im Roten. Okay, würde ich nicht überleben. Aber es ändert sowieso nichts. Und wieder der Wechsel. Der war aber diesmal schlau, muss ich echt sagen. Weil du kennst ja schon mein komplettes Team. Und wir gehen aber jetzt hier. Oh, so viel Schaden macht das. So viel Schaden macht das. Und Tschüssi Lee. Tschüssi Kowski. Gut. Sehr fein. So ist das auf jeden Fall fein. Relaxo. Wir warten noch immer auf die Giratine vorne. Wir warten noch. Denn nur die Harten kommen in den Garten. Und sobald sie dann da sind, dann wird es aber mal ordentlich abgehen. Vielleicht sollte ich mir das von der Go Battle Night wieder abgewöhnen. Ein bisschen. Nicht mehr so früh klicken. Aber so, wie machen wir das? genau. Ich würde mal sagen, ich würde gerne, dass du dich einmal abschwächst. Aber das wirst du wohl nicht tun. Okay, hast du da noch eingelocht? Gewinne ich den Gleichstand gegen ein Melmetal? Das ist die Frage. Okay, das war nicht das. Okay, ich gewinne ihn nicht. Und da kommen 17 Gleichstände hintereinander. Nein, das erste war keiner, leider. Dann schilden wir jetzt mal den Kraftkoloss. Und genau. Und dann macht der Server ganz kurz seine Geschichten. Und jetzt gehen wir hier hinüber. Und du wirst vermutlich wechseln. Nö, du wechselst nicht. Die eine Abschwächung schwächt den Steinhagel leider wirklich nicht so grob ab. Dann kommt Dialga rein. Ich gehe auf Fokusstoß und das wird geschildert. So, nö, du bleibst hier drin. Aha. Kein Torgekiss mal hinten. Das ist fein. So soll es sein. Da schauen wir rein. Na, ich dachte, das macht nach einer Abschwächung eventuell ein bisschen mehr. Dann war das jetzt vielleicht doof. Eins, drei habe ich gemacht. Ich müsste, glaube ich, runterfarmen können. Es war sehr knapp, aber ich, okay. Hm. Nicht gut. Ganz und gar nicht gut. Knackrack. Wo kommen die alle jetzt her? Also wirklich, Knackrack. Wir haben Seasons ohne Knackrack gespielt. Also komplett. Ganze Seasons, wo dieses Ding nirgendwo war. wo ich Torgekiss hatte. Wieso kommen die jetzt plötzlich? Wieso kommen die jetzt plötzlich alle aus dem Boden geschossen? Aber du hast Lehmschuss. Und da hast du vermutlich Wutanfall und Erdkräfte. Und da ist leider noch, ah, das ist echt doof. Mit dem Team hat man ja null Sofortattacken mäßig was so. Also schon ein bisschen, aber nicht wirklich. Hm. Okay. Da bin ich froh, dass das gerade geklappt hat. Ich meine, Schlecker macht schon ein bisschen was, aber ich meine dann mit Standpauke und auch Melmetal schwierig. Genauso wie mit Mewtwo vorne. Im Grunde habe ich das auch schon gespielt. Apropos Mewtwo vorne. Zwei, drei, vier, fünf. Das ist der Psycho-Stoß, der nicht so effektiv ist. Na und nun komme ich auf jeden Fall noch zu einem Steinhagel, bevor du Fokus-Stoß hast. Wirst du den Steinhagel mit Melmetal abfangen. Hm. Okay. Aber das passt sowieso. Ich würde ja hier keinen Kraftkoloss einsetzen. Zum Glück hat das Spiel nicht eingelocht. Wieso auch immer. Wieso auch immer nicht eingelocht wurde. Ich meine, in dem Fall ist es sehr gut für mich, aber das weiß wirklich niemand. Das weiß wirklich niemand. Man drückt und der Gegner kann einfach mein Einlochen den ein. Das ist kein Fast-Move-Denial, das ist Charge-Move-Denial. Uff. Ich bekomme sie nicht durch, die Sofortattacken Gegner leider schon. Also wirst du jetzt hier runterfarmen können. Und die Wechseluhr ist noch nicht um. Dann hast du einen Psycho-Stoß und Abfahrt. Ende im Gelände. Uh. Du setzt aber noch ein. Eine wäre noch drin gewesen, weil Mewtwo gewinnt auf jeden Fall den Gleichstand. Meistens. Ab und zu. Meistens. Manchmal. Da gewinnt Mewtwo den Gleichstand gegen Melmetal. Außer wenn es mein Level 41er Best Buddy Mewtwo ist, dann kann man den auch gelegentlich schon mal verlieren. Okay. Hätte ich nicht gedacht, dass das noch was wird. Aber ab und zu mal einen Win kann man sich ja auch gönnen. Aber diese Ironie, ihr müsst euch das vorstellen, um 18 Uhr. Nach Monaten, also wirklich, ich kann mich nicht an den letzten Rate Pass, vielleicht aus Versehen mal. Aber nach Monaten stecke ich den Premium Pass rein und in diesem ersten Set passiert das mit den Sofortattacken. Also ja, das kann man sich nicht ausdenken. Warum passiert das nicht in einem Gratis Set? So, wo ich nicht die Dreisiege benötige. Schon für die PvP-Belohnung, aber bei drei Siegen hat man ultra viel Sternenstaub. Das kann sich niemand ausdenken. Ganz wilde Nummer. Melmetal vorne finde ich echt nervig. Das finde ich wirklich nervig, muss ich sagen. Soll ich das einfach ausspielen? Ich brauche immer sieben Sofortattacken. Okay. Mal schauen, ob du geködert hättest. Und hier ist leider Kraftkoloss auch neutral. Aber wir Attacken abfangen mit dem Attacken. Okay. Ich fange den Steinagel ab, Leute. Mein Leben ist perfekt. Ich habe den Steinagel abgefangen. Drüben ist es effektiv, ich wollte es effektiv haben. Ich wollte nicht, ach du meine Güte, Trick efalo kommt hier rein. Alles klar. Es wird immer wilder. Ich wollte den Steinagel nicht neutral bei Relaxo haben, den ich locker überlebt hätte, auch mit Kraftkoloss Abschwächung. Ich wollte ihn effektiv bei Evil zahlt. Deshalb habe ich abgefangen. Also ja, das ist meine 500-DQ-Strategie. Boah, was war denn da gerade? Ach, du meine Güte, man müsste sich wirklich häufiger trauen, aber hier ist es ja sogar nicht so effektiv. Ich habe mich gewundert, dass du geschildert hast. Vielleicht hätte ich ja geködert. Naja, keine Ahnung. Auf jeden Fall. Was hat Trick Gefallo? Keine Ahnung. Na, aber die Feuerodem sind hier mal nicht so effektiv. Deshalb gehe ich mit Melmetal hinein und schaue, was passiert. Hält das Ding was aus? Brauche ich dann einen Kraftkoloss? Ich würde mich ungerne abschwächen. So, Finster Aura. Okay, die macht die Hälfte. Von deiner Energie habe ich leider keine Ahnung. Okay. Dann baue ich glaube ich auf zwei auf und gehe dann auf den Kraftkollor. Ich bin mir... Okay. Aber das ist leider eben dieses Ding. Hm. Jetzt haben wir es mal wieder, dass wir gegen Giratina mit Relaxo kämpfen dürfen, aber es ist leider das Falsche. Sehr, sehr, sehr schade. Und das sind aber die Attacken von Toshi. Da wäre... Also, das Ding gewinnt gegen mich, wenn ich kein Erdbeben oder so habe. Das ist tricky. Da ist Relaxo definitiv kein Konter dagegen und auch du hast gesehen, ich habe Kraftkoloss. Dann werde ich vermutlich nicht Kraftkoloss und Erdbeben haben. Kann man natürlich auch spielen, aber na jo. Das wäre schon mal so ein anderes Spicy Moveset. Und hier zum Beispiel God Battle Knight hätte ich schon links umgeklickt, weil das ist wirklich... Da kommen 17 Attacken rein, natürlich. Eventuell kann ich noch irgendwo was Effektives abfangen. So, den Köder irgendwo abfangen, aber das kann man eigentlich schon klicken, aber wir wagen es noch. Wir machen das jetzt noch fertig und schauen mal, was so passiert. Gehen wieder auf Melmetal rüber, denn warum nicht? Ich habe plötzlich bemerkt, die Typ Icons, das war leider das falsche Giratina, das welches wir nicht sehen wollen, mit Relaxo, mit Erdbeben wird es bestimmt bisschen besser aussehen, aber die Drachen klauen, die man so circa hat wie Sofort Attacken, oh nö, da hätte ich noch runterschlecken müssen, da hätte ich noch runterschlecken müssen. Jetzt habe ich noch ein Relaxo gegen drei Pokémon, sehr fein, Schattenstoß perfekt, und ja, eventuell holst du das Melmetal rein, welches mich nicht runterfarmen kann, nö, aber das wirst du nicht tun, würde ich mal behaupten, und wir haben doch das Melmetal, da komme ich noch zu diesem Kraftkoloss, den schildest zu und dann Kraftkoloss in Relaxo, nein, ich glaube für Tricke Fallo den Schild aufheben wäre schlauer, okay, leider habe ich hier keine Attacke, aber du hast genügend Energie für den Kraftkoloss, GG, der abgefangene Steinhagel in Ibeltal, der war wirklich 1A, der war 1A und die Zeit läuft schon ab, die Zeit läuft schon ab, genau, deshalb einfach links oben klicken, in der Go Battle Night, ich muss auch wirklich sagen, manchmal hat es mich schon geärgert, wo ich dann jemanden reingelockt habe, der Kampf war vorbei, der Gegner hatte nur noch ein Pokémon, ein Pokémon hatte der Gegner, welches? Es war Giratina und ich hatte Ibeltal mit zwei Schilden und wir spielen das tatsächlich noch aus, in der Go Battle Night und ich dachte mir, warum, warum, ich habe Ibeltal mit zwei Schilden gegen Giratina, komm schon, spielen wir das jetzt wirklich noch aus? Aber gut, ich meine natürlich, kann jeder machen, was er oder sie möchte, aber da dachte ich mir auch, boah, deine Zeit hätte ich gerne, deine Zeit hätte ich gerne, wenn du noch Giratina gegen Ibeltal mit Null und zwei Schilden ausspielst, wilde Nummer, ganz wilde Nummer, habe ich mir da nur gedacht, aber okay, hey, kann man natürlich machen, ich sage niemandem, wie man zu spielen hat, man kann es versuchen, denn die Chance besteht, dass der Server noch abstürzt und diese Chance ist sogar ziemlich gut, um ehrlich zu sein, die Chance ist sehr hoch, dass sowas noch passiert und von daher, ja, kann man ausspielen, aber du warst definitiv nicht kurz vor Legende, denn du hast gegen mich gespielt und ich war auch definitiv nicht kurz vor Legende, so, schauen wir mal, jetzt kommt das Gerathina rein und es ist wieder over, over and out, okay, nein, ich wollte auch nicht drücken, ah, das war ärgerlich, ich habe mir dann so gedacht, ne, ich will ja noch gar nicht drücken, das war in der Tat ärgerlich, so, eins, zwei, drei, ich habe eins gemacht, dann drei, jetzt versuchen wir es nochmal, aber wenn du deine Energie optimierst, dann wirst du eigentlich jetzt noch nicht einsetzen, das würde keinen Sinn machen, aber wir wagen es, eins und Abfahrt, nein, aber genau jetzt hättest du Schlagbohrer gehabt und ein Säkrom kommt hinein, okay, 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 wie viel Energie hat das, Stahlubohr, ich glaube sieben, sieben oder acht, sieben, sieben, wie lange bist du drin geblieben, ich glaube sieben müssten es gewesen sein, oh, schön, dass du mich hierzu noch kommen lässt, also alles, was ich dann bräuchte, wären zwei Schilde für, also zwei Attacken für, für Mehlmetall und einen Schild brauche ich, Moment, Moment, jetzt pass mal auf, ich will dich nicht im Gleichstand erwischen, wenn ich jetzt drücke, okay, okay, das wird jetzt, das wird jetzt tricky, das wird jetzt tricky zu dem Nicky, okay, dann glaube ich, wird es doch nicht mehr tricky, denn wenn ich jetzt sofort einsetze, ich setze wirklich sofort ein, ich glaube, du hast eigentlich, bist noch zwei Attacken, ein, zwei Attacken davon entfernt, aber das, das dachte ich mir bei der Go Battle Night auch, dann war da irgendwo ein Einäschern von Ho-Oh, welches man, wo man die Animation nicht gesehen hat, und, okay, das müsste eigentlich langen, auch wenn ich schon einmal abgeschwächt bin, gut, oder, jo, Togakiss, Stadu Wars Ekrom, ich finde es erfrischend, andere Teams, und vor allem das einzige, oder eines der einzigen Teams, welches mir immer so Probleme gemacht hat, Melmetal, Pragorandialika, gibt es nicht mehr, wie ausgelöscht, war das erst drei Kämpfe, das waren doch nicht erst drei Kämpfe, Hallöchen Popöchen, ah ja, die Go Krampf Battle Liga, Go Krampf Liga, oder so, gibt es nicht mehr, und, es hat, früher hat es das Team gegeben, weil es funktioniert hat, und jetzt, alles anders, was so ein paar Sachen bewirken können, dass Drachenrute in Wahrheit die Meisterliga so krass beeinflussen würde, durch Lugia und eventuell Graudorn und Knackrak auch, sieht man auch in jedem zweiten Kampf, jetzt gerade hier, da, das habe ich unterschätzt, hätte ich tatsächlich nicht gedacht, muss ich ehrlich sagen, sein, und so meine aktuellen Pokémon, wirklich, es ist so, mir fehlt viel, fällt mir eigentlich auf, mir fehlt wirklich viel, legendärmäßig, wo ich kein 100er Glück hatte, Knackrak, also wir sprechen davon, es ist direkt wieder da, Knackrak, wo ist Torgekiss vorne, ich weiß es nicht, wo Torgekiss vorne ist, aber das habe ich dann weggepackt, weil Charm als Vierermove, das war mir irgendwie zu ungemütlich, Charm als Vierermove wollte ich einfach nicht, da dachte ich, sorry Torgekiss, du musst weg, die Alga muss vielleicht auch weg, denn mit, wer kann, wer kann mit Feuer, oder? alles, so, fangen wir Wutanfall ab, oder? Komm, Wutanfall, ich will den Wutanfall abfangen, rein da, rein da, rein da, oh, also das Attackenabfangen läuft heute, das läuft, das habe ich drauf, das habe ich von oben bis unten drauf, keine Ahnung, wie viele Attacken ich schon abgefangen habe, aber das, das passt jetzt auf jeden Fall, den Wutanfall wunderbar abgefangen, jetzt farmst du hier runter, ich bräuchte die Alga, oder irgendein, nein, nicht die Alga, sondern eher irgendein anderes, Feuer oder ein Pokémon, wo ich besser dagegen ankomme, nun denn, blind, komm, komm, mach nicht diesen, mach nicht diesen, drück nicht blind, Wutanfall abgefangen, Sandgrab, ideal geschildert, so ist es fein, und so muss es nämlich auch sein, also, ich habe zwei Pokémon weg, ich habe alle Schilde weg, und das Knackrack lebt noch, es lebt einfach noch, also, dann schauen wir mal, wie das hier weitergehen wird, wird Melmetal, zwei Pokémon besiegen können, da ist jetzt nämlich hinten drin, vermutlich zwei Pokémon schwach gegen, okay, gegen Torgekis wollte ich sagen, fünf, sechs, okay, ja, okay, 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 passt perfekt, dann, dann können wir hier mal rausgehen, kann ich auch links oben klicken, also wirklich, was soll ich hier noch fertig spielen, aber wir versuchen es, wir, wir versuchen es eventuell, schaffe ich es irgendwie, mir zwei Steinhagel aufzuheben, wir wagen es einfach noch, wir machen hier noch weiter, eins, ne, völlig egal, ich muss da nichts, im Grunde, ja, aber runterfarmen kann ich nicht, ich müsste einsetzen und da perfekt underchargen, oh, du gehst auf zwei Himmelsfeger, die werden aber nicht reichen, oder? Drei und vier, die wechseln wir es dann auch schon um, das heißt, du wirst es vermutlich nicht zulassen, dass ich dich so runterfarme, oh, oder was? Und wieso war das ein Gleichstand? Aber was? So viel? Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht, muss ich sagen, das hätte ich jetzt in der Tat nicht gedacht, denn eine Tat, die ein in der Tat, ist in der Tat eine in der Tat, das hätte ich jetzt nicht gedacht, gut, da habe ich ein bisschen zu wenig undercharged, aber du hast sowieso rausgewechselt, weil es ja leider ein Gleichstand war und Melmetal keine Attacke mehr eingesetzt hat, ein Einäschern wird mich vermutlich besiegen, oh, tut es nicht, aber ein zweites tut es und wir gehen gleichzeitig drauf, also wurde doch noch knapper, das Lugia, hey, Moment mal, ohne underchargen wäre das ein Gleichstand gewesen, aber gut, perfekt, auf jeden Fall, passt das alles, diese Vordertage haben funktioniert, so von der Länge her, von der Dauer, das war krass, hätte ich jetzt nicht gedacht, aber Sternenschaub, 1,77 Millionen schon, das hatte ich nach 1600 Kämpfen in der vorherigen Season, aber da habe ich auch 0 Premium Pässe reingesteckt und jetzt 15, müsste es sein, bisher, ja, das ist schon eine Menge, das ist auf jeden Fall eine Menge, für die Folge soll es das mal gewesen sein und es geht einfach, bei mir soll weiter, boop, boop,